Hallo zusammen und willkommen zu einem mal wieder Produktvorstellungsvideo. Ich kriege ja momentan dermaßen viele Anfragen über Produktvorstellungen und die coolen Dinge wie eben das Gimbal oder wie das, was ich euch heute präsentiere, das picke ich mir einfach raus und zeige es euch. Ich packe es von der Pike an mit euch aus, weil ich finde es eine Sache total cool. Es handelt sich um ein Blue Etty, so eine Powerbank. Ich zeige euch nachher gleich, was für eine coole Powerbank das ist. Aber worauf ich hinaus will, auf das Zeichen hier und auf das Zeichen hier. Das ist wirklich sehr selten und ich reg mich da immer auf in Rohrspatz, wenn es nicht drauf ist, aber die haben es draufgeklebt, das Batteriezeichen. Es ist irgendwas mit einer Batterie drin, also hat gefälligst, dieses Zeichen drauf zu sein. Wir gehen mal kurz zur Waage und wie wir sehen, wir haben hier circa eine 9 Kilo schwere Powerbank. Und diese 9 Kilo schwere Powerbank hat 537 Wattstunden. Ich bin total begeistert. Das ist natürlich mehr wie eine Powerbank. Es ist ein Wechselrichter, man hat 12 Volt, man kann USB laden, man kann glaube ich sogar Wireless Power chargen. Und da wir bald einen Camper kriegen werden, dachte ich mir, das Teil ist absolut genial. Mit dem können wir alles machen, was wir machen wollen. Nur mal zur Verpackung selber. Natürlich Made in China, wobei mittlerweile bei den Versandpreisen, die man aus China bezahlen muss, 9 Kilo, haut wahrscheinlich der Versand die Hälfte der Kosten von diesem Ding weg. Family, Office, Travel, Camping, School, Disaster, Medical Business, es ist ein CE-Zeichen drauf, es ist ein Rohrzeichen drauf und es ist eine Mülltonne drauf. Ich bin begeistert, es ist alles drauf, was unser Gesetz so vorschreibt. Es ist eine Anleitung dabei. Keep Powerstation out of direct sunlight. Hoin, chong, 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 sunlight. Ja. Also natürlich, das Ding wird warm werden, wenn man das dicht von der Sonne braten lässt, könnte es vermutlich schon zu Problemen kommen. Wir haben hier 537 Wattstunden Portable Powerstation. Die geben das jetzt mit Wattstunden an. Das müssen wir mal kurz ein bisschen umrechnen, so eine Standard-Powerbank, was hat die 20.000 mAh, da steht mAh drauf. 20 Ampere Stunden, wenn man es so umrechnet, weil die geben ja 5 Volt aus, diese Standard-Powerbanks. Und 5 Volt zum Handyladen, 5 Volt mal 20 Ampere, P gleich U mal I, so die Formel. Also 5 mal 20 sind 100. Wir haben also hier ungefähr 5 mal so viel Kapazität wie in so einer Standard-Großen-Lizium-Ionen-Powerbank, die es für die Handys gibt. Warum hier Wattstunden? Ja, weil man hier natürlich auch 230 Volt rausbeziehen kann und auch noch alle möglichen anderen Spannungen rausbeziehen kann. Deswegen haben es da direkt in Wattstunden und nicht in Milliampere Stunden angegeben, wie man das von den Powerbanks kennt. Das Wichtige vorab, es ist, man kann 700 Watt rausziehen aus den Steckdosen. Die Kapazität mit 537 Wattstunden angegeben und was mich am meisten fasziniert von dem ganzen Teil, es ist die neueste Akkutechnologie, die gerade so auf dem Markt momentan Stand der Technik ist. Wir haben hier Lifepro, also Lithium-Eisen-Polymer Akkus drin. Nettogewicht 7,5 Kilo, also die Verpackung geht nochmal ein halbes Kilo weg. Die Ausgangsspezifikation, das ist jetzt das Coole und das schauen wir uns glaube ich jetzt einfach mal direkt am Gerät an. Ich bin noch nicht beim Gerät, es ist ein schwerer Extra-Karton dabei. Okay, mit einem Stecker für den Zigarettenanzünder, wo man das Teil vermutlich im Auto laden kann. Mit einer Steckerkombination, die ich nicht zuordnen kann. Die glaube ich benötigt man, wenn man es über die Solarzelle laden kann. Es gibt eine Solarzelle dazu, mit der man das Ding laden kann. Einmal Strom und jetzt kommt es. Ein großes, dickes Power-Netzteil. Gibt 25 Volt und 8 Ampere aus. Also das hat da einen Lüfter drin, das hat anständige Leistung. Das schaut geil aus. Ich bin echt froh, dass ich YouTuber bin. Dann kriegt man so Zeug schickt, würde ich mal nie kaufen, nie. Ich kann es auch einschalten. Es ist schon mal 80% geladen. Man sieht jetzt hier wie viel Strom reingehen, wie viel Leistung reingeht. Man sieht wie viel Leistung rausgeht. Wenn man nochmal drückt. Also jetzt habe ich quasi hier rein diesen USB-Teil eingeschaltet. Hier schaltet man quasi den 230 Volt-Teil ein. Ah, okay. Man drückt irgendeinen der Knöpfe, um das einzuschalten. Und drückt dann einfach das Teil, was man haben möchte. Und schaltet das ein oder aus. Gefällt mir. Man könnte auch die Anleitung lesen. Muss man aber nicht. Wir haben hier DC-Output, einmal die 12 Volt, Zigarettensteckdose, klassischer 12 Volt-Stecker vom Auto. Wir haben hier nochmal zwei Hohlstecker, wo wir 12 Volt bis zu 10 Ampere rausgeben können. Das Ganze zeigt sich da oben an. Und hier kann man eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem Stecker reingehen. Und das Ganze zum Beispiel übers Auto laden oder über die Solaranlage laden. Beziehungsweise mit dem Stecker hier auch direkt über den Adapter laden. Den stecken wir jetzt mal schnell ein. Der ist laut. Definitiv laut. Und er lädt jetzt mit 205 Watt das Teil auf. Das passt. Ich stecke das jetzt aber wieder aus, weil sonst hört mich keiner mehr. Das Teil kann Wireless chargen. Mein Handy hat einen Wireless Charger. Ja, plupp. Und ist schon am Laden. Gibt man das am Handy? Ja, ist schon am Laden. Aber jetzt nochmal zurück zur Spezifikation, worum es mir eigentlich ging. Wir haben hier drin einmal AC. Also wir haben hier diese zwei 230 Volt Ausgänge mit 700 Watt können wir da rausziehen. Wir haben USB A, die Stecker hier, können da jeweils 3 Ampere rausziehen. Wir haben USB Typ C, also dieser neue Standard. Da können wir bis zu 100 Watt rausziehen, also auch schnell laden möglich. Wir haben einen Zigarettenleiter, Zigarettenanzünder. Da können wir 12 Volt und 10 Ampere rausziehen. Wir haben einen undefinierten Stecker. Ah ne, der da, das sind die zwei da. Jeweils 12 Volt und 10 Ampere rausziehen. Und wir haben oben unser Wireless Charging Pad. Das kann 5 Watt, 7,5 Watt, 10 Watt und 15 Watt laden. Jetzt drehen wir das Teil mal um. Vielleicht ist da auf der Rückseite noch was. Ein Licht. Man hat hier hinten nochmal ein Licht. So, und jetzt probieren wir mal was. Wir drehen mal so diese Videos, wo irgendwelche Dinge zusammengeschlossen werden, wo dann was explodiert. Wir stecken jetzt mal unseren Lade-Tabda hier an. An unserem Strom. Schalten den ein. Er fährt hoch. Er ist grün. So, jetzt stecken wir das Ganze mal hier ein. So können wir mal die Effizienz von der Kette uns angucken. Also es gehen jetzt 215 Watt raus, hier rein. Und 199 Watt gehen quasi wieder hier in den Ladestecker rein. So, jetzt zum spannenden Teil. Es sind Kreuz-Schlitzschrauben drin, also bauen wir das Ding auseinander. So, nach einer winzigen Modifikation meines iFixit-Sets. Der Auseinanderbau wird jetzt spannend, da das hier alles verklebt ist. Es sind auf jeden Fall richtig dicke Kabel hier. Okay. Also eigentlich sollte das Gehäuse draufbleiben. Na ja. Ist jetzt halt samt Gehäuse abgelehnt. Der Wireless Power-Charger mit einer einzelnen Spule, wie man erkennen kann. Mit auch hier Abstand. Ja, so Gummi. Und das schwarze hier, das graue Ferrit-Platte, wie man es klassisch kennt von diesen Ladern. Hier wäre ein Platz für ein NTC. LED 1, LED 2 NTC. Sollte meiner Meinung nach eigentlich drauf sein. Ich weiß nicht, wie der jetzt Temperaturüberwachung machen will. Ohne Temperatursensor. Aber vielleicht steckt irgendwo was drin. Wenn wir uns das Ganze mal genauer anschauen, haben wir hier einen LM224, das ist eine OPV-Geschicht, glaube ich. Soweit ich das beurteilen kann. Dann haben wir hier als Herzstück verbaut den N76E003AT20. Uralter 8051-Controller, weil sie sterben halt einfach nicht aus. Direkt drüber haben wir einen BDR2L00. Das ist ein Halbbrückentreiber. Also das ist wirklich diskret aufgebaut, das ganze Wireless-Power-Charging. Und diese zwei Halbbrückentreiber treiben die zwei N-Mosfets, die direkt drüber sitzen, die AO4822A an. Das Ganze alles durch die Bank verklebt ist. Aber ich kriege hier hinten vermutlich die LED-Beleuchtung schon mal ab. Da hat man eine einseitige Platine, also hier sind keine Leiterbahnen, allerdings Bestückdruck. Und auf der Rückseite eine Platine mit den Kupferbahnen, also Kupferflächen mit weißem Bestückdruck. Und hier auf der Seite der Taster, mit dem man die Beleuchtung dann ein- und ausschalten kann. Ich würde jetzt mal behaupten, so wie es ausschaut, kommt hier die Spannung an. Jeweils drei LEDs kann man, glaube ich, um die Spiegelung ein bisschen erkennen. Drei LEDs in Serie plus nochmal einen kleinen Widerstand, der dann nochmal dafür sorgt, dass alle einigermaßen gleich hell leuchten. Nun wieder zurück zum Hauptklotz. Ich muss jetzt echt mal schauen, wie ich euch das gezeigt kriege, weil überall hängen Kabel, die verklebt sind. Aber wenn wir da jetzt mal rein zoomen, finde ich das gerade schon enorm, wie viele Bauteile da drauf sind, ehrlich gesagt. Also das ist sehr, sehr dicht bestückt. Auch alles wirklich von der Montage her top. Also alle Teile, die irgendwie Kräften ausgesetzt sind, also Kondensatoren und so weiter, wenn das irgendwie um Schüttungen ausgesetzt ist. Alle diese Teile sind komplett verklebt überall, dass die fest drin sitzen. Auch diese Platine hier, die hier aufgebaut drauf sitzt, auch die verklebt. Wir gehen mal grob drüber über diese ganze Thematik. An dieser Stelle hier kann man die 12 Volt abgreifen. Da ist hier nochmal mit Rosseln das Ganze abgefiltert. Echt. Also ich bin gerade sehr begeistert. Hier sehe ich gerade, würde es noch ein Bluetooth-Modul geben, das man vermutlich hier draufstecken könnte. Das würde mich jetzt allerdings schon etwas interessieren. Also wie gesagt, hier die 12 Volt. Das Teil hier vermutlich der Mikrocontroller, der die Displayanstörungen übernimmt. Das wahrscheinlich der Displaycontroller. Entsprechend hier noch ein paar Chips für die ganzen Spannungswandlungen. Hier kommen wir rein. Also hier haben wir einmal die 12 Volt Eingang, die wir kriegen vom Netzteil, das dabei war. Und das Teil hier, gehe ich jetzt mal davon aus, wird vermutlich, man kann ja auch mit einer Solar, hier sieht man PV-, PV-Plus, man kann ja auch mit einer, was ist das? Ach der, ah, okay, der Deckel. Hier kann man mit der Photovoltaikanlage reinkommen. Und das da oben, denke ich mal, wird so ein wenig Spannungsaufbereitung von der Photovoltaikanlage sein. Man kann auch auf der Rückseite irgendwelche Feds erkennen. Also das Teil hier übernimmt uns die Photovoltaik-Spannungsaufbereitung. Ich denke mal, dass der Stecker hier uns die Spannung anliefern wird. Der Stecker hier wird vermutlich irgendwie Kommunikation sein. Der liefert uns die Spannung. Was steht drauf? Bat-Plus, Bat-Minus, genau. Hier kriegen wir einmal die Spannung zur Batterie hin, wenn wir laden und einmal die Spannung in die Schaltung rein, die dann vermutlich mal hier verteilt wird für unsere gesamten vorderen Geschichten. Also hier haben wir ja unsere 5 Volt und entsprechend haben wir hier vermutlich 5 Volt USB-Spannungsgeneratoren bzw. vermutlich sogar intelligente 5 Volt USB-Chips. Hier sieht man die USB-Stecker, die 4 Pins hier und hier vermutlich diese intelligenten Chips, die man benötigt für dieses Fast Charging. Der wird der Spannungswandler sein, der uns die 5 Volt generiert, würde ich mal tippen. Dann sind wir hier auf der Seite schon soweit durch. Hier haben wir noch Out-N und Out-L. Also hier kommen die 230 Volt an. Also die ganze Reihe an Dioden und Feds in Kombination mit ein bisschen Steuerelektronik hier wird vermutlich uns die 230 Volt generieren. Hier haben wir zwei richtig dicke Kabel drauf, also die sind wirklich, guckt es euch an, die kommen hier hinten von dem Akku hoch und hier generieren wir auch nochmal mit dem Trafo, denke ich mal die 230 Volt plus ein bisschen Akku-Balancing-Geschichte soweit. Akku-Balancing an sich natürlich ein wichtiges Thema, also dass alle Akkus gleichmäßig entladen werden und so. Dafür gibt es dann auch hier nochmal, wie man sieht, eine Platine drauf, die entsprechend zu den einzelnen Zellen hin verbunden wurde. Zellentechnisch, ganz spannend, ich will jetzt hier nicht weiter schrauben, weil einfach viel zu viel verklebt ist dann im ganzen Teil. Zellentechnisch, ich kann jetzt mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück haben wir hier. Dann kommt eine zweite Reihe, die wird vermutlich nicht ganz bis zum Rand, doch die ist auch ganz bis zum Rand bestückt, also haben wir da nochmal 9, weil da fehlt mittig eine nicht. Hier haben wir nochmal 9 und hier unten haben wir nochmal 9 Stück. Also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 9, 18, 27 plus 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Zellen hier drin. 42 Zellen a 3,2 Volt. Das Ganze sind ja wie gesagt Li-Fe-Po-Zellen, also der aktuellste Standard, den man so hat. Also nochmal, irgendwie scheint man ein Tick besser wie diese Lithium-Ionen-Zellen. Gut, ich hoffe, das Teil hat euch gefallen. Mir gefällt es, ich bin mega froh, dass ich es gekriegt habe. Ich bedanke mich nochmal wirklich sehr bei der Firma Bluette, dass sie mir das Teil kostenlos geschickt haben. Ich hoffe, ich muss es nicht zurückschicken, denn wie man sieht, es ist echt krass viel Technik drin, die ich wirklich gerne behalten möchte. Vielen Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Video, ciao! 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 Achso, da musste ich USB anmachen, ich habe gerade die 12 Volt angemacht. Zu blöd, USB, nicht 12 Volt. Man muss auch das Richtige einschalten, damit es funktioniert. USB aus und laden aus. Perfekt. Untertitelung des ZDF, 2020